Tom, Tom, die musst du ansprechen. Hi! Evelyn. Jack. Dann werden die Namen ja geklärt. Das ja Auszeit, nimmst du dir aber schon. Ja, natürlich. Ich hoffe fast, sie wird nie wieder aufhören. Geh du erstmal zu dieser Alten in den Pop. Alles klar, Frauenflüsterer. Oh, hi. Eigentlich wollte ich in einen Club gehen. Mitkommen? Wir haben gerade über deinen Freund geredet. Er ist doch sehr charmant, oder? Was gefällt dir? Was ist dein Ding? Ich mache ganz gern Fotos und so. Lass dir von den Chicks den Spaß nicht verderben. Und dir? Was gefällt dir so? Chicks. Wer Schluss gemacht hat, du oder deine Ex? Das war schon irgendwie anders. Sie hat's beendet. Hey. Lass die Finger davon, das ist echt zu viel Stress. Milo ist ihr Freund, oder? Sie ist sicher schwer zu durchschauen. Ich würde es gar nicht erst versuchen. Du spielst gern dein kleines Spielchen. Ach, wir spielen also ein Spiel. Vielleicht ist die Universität nichts für mich. Du kannst doch nicht all deine Pläne ändern, Mann. Na klar kann ich meine Pläne ändern, Tom. Ich bin erwachsen. Sollen wir heute was machen? Es ist irgendwie ungewöhnlich. Was ist denn so ungewöhnlich? Wir haben ja nur sieben Minuten. Na, dann fängst du besser an. Okay. Du hast etwas ganz Besonderes an dir, Jack. Denkst du nicht? Ich bin wissen, schott. Doing so ungewöhnlich. Ihr solltest diche